Habt euch das geteilt, do PrimeZ Netflix, oder? Hast du das schon mal erzählt? Hier kommt's vor, schaust du immer das gleiche Schick hier. Wenn du herkommst, bin ich am Massengrinden. Also grinden, ich mach meine Dailies und das mach ich. Ich mach am liebsten Killquests. Du kannst ja aussuchen. Du pflanzt irgendwas an, du angelst, du machst dies, das. Ich mach Killquests. Ach ja, meistens. Ich hab, obwohl ich heute auch schon andere Quests gemacht hab, mit dem Sammeln und Anpflanzen. Oh, vier oder fünf Leute. Also richtig legal, sagst du. Killquests wäschte. Ja, das Ding war so ein Ding. Glatt springt rein und dreht. Euch Kamikaze angriffen und noch ein paar in den Tod reißen. Ja, aber dann spawnst du ja wieder irgendwo. Und dann musst du ja wieder dahin laufen erstmal. Wenn du direkt aufstehen würdest nach zehn Sekunden, da wo du gestorben bist. Okay, aber dann dahin laufen, wo du gestorben bist, damit du weiter kämpfst. Das stört dich halt. Das ist doch in den meisten Spielen so. Dann hast du einen Laufweg von zwei, drei Minuten und lebst dann in dieser Masse ein paar Sekunden. Das schreckt mich halt schon enorm ab, sowas. Echt so eine Art Battle Reds oder was? Oder vom Spiel einfach. Sind die auch dabei? Welche ist es? Welche Monster muss ich denn töten? Hab ich denn MapGuard geschaut hier oben? Also du schaust Vietnamesisch mit Deutsch in der Titel oder was? Machen, Sätze mit Rollen, Steinen, okay. Und ich hab heute den Segen bekommen hier. Ich hab... Es gab heute viel. Es gab Outfits per Post. Es gab Siegen. Das ist 10% mehr XP. 16 Inventarplätze. 14 Ding-Plätze, glaube ich. Bankplätze mehr. War cool. Also interessant. Outfit. Ist auch wie Halloween-Gedönse hier. Aber krass hier. Level geht ja kaum weiter. Also wenn ich es so weiter geht, brauchen wir halt keine Ahnung. Erstmal für das Level noch mehrere Tage. Ich sag mal Samstag vielleicht. Samstag vielleicht Level Up. Wenn überhaupt. Wenn wir halt genau so weitermachen. Oh hier ist noch jemand oder was? Coole Sache, wenn da noch jemand ist. So, Marktplatz. Was haben wir denn? Wir brauchen hier Brust mit gelbem Sockel da. Damit ich das umtauschen kann. Brust mit gelbem Sockel. Das ist das Ziel. Deswegen farm ich hier auch so. Ich hatte ganz, ganz viele. Ich hab die dann verkauft, weil kein Taschenplatz. Brust mit lila, bräunet. Brust mit grün, bräunet. Alter. Kann ja noch mal ein Aktionshaus hier was machen. Ich wollte, ich hätte Kuh drücken müssen, als ich immun bin. Ich bin geführt. Wie lange noch? Ich kann keine. Da braucht man frech. Also mir gefällt das aktive Kampfsystem. Ich weiß, es gibt es schon in vielen Spielen, aber das ist einfach geil hier. Die Skills, wie sie aufeinander aufbauen. Die Talente, wie sie sich ergänzen. Einfach sehr schmackhaft hier. Was kommt denn da? Ach so, das ist 4 oder was? Eine Symbiose der Talente und Fertigkeiten. Selten gesehen sowas. Heute wieder Bladestorm geskillt. Weil AOE-Farming einfacher so. So, dann haben wir noch. Wir haben noch, ich glaube das ist die letzte Jagd-Quest. Wir haben so glaube ich Fischen nachher. Fischen haben wir auch noch herstellen. Fischen haben wir auch noch. Wir müssen auf jeden Fall noch 17 Minuten killen hier. Wegen dem Lorbeerkranz. Ist so krass hier. Und ich sag dir ein Schicki. Das macht hier 3 Millionen Mal mehr Spaß als im schlunderen Courtier. No joke. Ist so. Und Autorun. So nicht verfügbar die Autoriquest. Sammler wieder... Sammler wiederhol... Was? Sammeln. Wiederholte Sammeln. Sammler Objekte der 2. Stufe. Sammeln das Objekt ein. Was für zweite Stufe. Herstellung. Stöße 3 Weltquests ab. Unterstütze das... Heute zur Stunde ist zu irgendwas. Also es ist einfach nervig. Nervig ist es einfach. Ich muss mal ein ganzes Quest checken. Was muss ich da jetzt machen? Ich wollte noch ein bisschen grinden hier. Dass ich jetzt die Zeit verliere wegen meiner Scheiß-Items. Ich glaub dir jetzt auch nicht unendlich. Ich muss... Bei dem anderen muss ich noch 2 Weltquests machen. Okay. Die wird abgeschlossen wenn ich noch die 2 Weltquests mache. Weil der andere ist immer noch hier. Unterstütze. Und der andere. Kann... Du kannst diese täglich einmal annehmen. Wenn du... Also ab ist kannst du dann... Am... 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 Wgeben sie ja mal so. Ich treue mal an der Golden Stelle eine Metallsteige zur Übung in deinem Haus her. Okay das kann ich machen. Dasada so. Dünfe ich hin. Schon mal nutze es um. Das versteh ich nicht Clones. Wie geht das denn? Das hast du denn bei deinem Launch- worshorum eingestellt. Sagt. Was...? Was? Who sagt dauernd! Du lockst! Also du tust den Launcher starten, du willst EU dann aus. Dann startet... Und und dann steht doch... Dziehend nochmal 3 Server. Ich weiß nicht ob du das meinst... Aber gestern im BRG wurde hier nicht von Gegner geliegt und wurde dann wiederbelebt von den Mystiker glaub ich. Können die wiederbeleben? Müssten, glaube ich, die Einzigen sein. Das sind ja Heiler. Was zum Testen. Ja, okay. Ja, klar. Doch, das macht ja auch Sinn, dass du wechselst und probierst, ob es geht. Also, das haben wir jetzt noch gar nicht gehört. Wir haben schon viele Probleme und sowas hier besprochen, aber das habe ich noch gar nicht gehört. Ich mache mal ein bisschen leiser hier. Aber du kannst nur Off-Battle-Dings da, ne? Nicht Bad Rats. Also, Off-Battle-Ding. Wenn die ganzen Fähigkeiten hier gestackt, dann haut er mich dann. Oh! Bei der blauen Fraktion? Oh! Das ist ja Non-Horde. Wir sind nur Horde. For the Horde. Blau ist uns ein, äh, ist ja nicht so geil, sag ich mal. Wir spielen keine Allianz. Wir spielen For the Horde. Deswegen ist halt für uns Blau die Allianz und Rot die Horde. Oh, okay. Genau, pui. Rentscht auch richtig. Ich weiß nicht, ob jemand im Chat ist, der eine Gilde hat für ihn. Keine Ahnung. Ich will, kann und möchte nicht damit dienen. Ja, du. Du kannst doch nicht in ein Team gehen, wo es einen König geben soll. Soll er einen König gibt, für den du dich jeden Tag bücken musst und auf die Knie gehen musst. Bücken, Schweinereien, Knie gehen, Schweinereien. Von einem Menschen, einer soll die Macht über alles haben. Nein, danke. Lieber die Macht so an sich reißen und andere Schweinereien machen. Weißt du? Ich habe mir die Geschichte da durchgelesen. Das, Giroka, das geht. Bist du sicher, dass das geht? Bist du sicher, dass das geht? Denn es ist in der EU, glaube ich, noch nicht freigeschaltet. Schweinereienbäste. Ich habe es wegen Ruth auch genommen, ja. Erstmal, weil die Sympathie zur Horde halt einfach rot. Ich fand es halt ein bisschen weird, weil Ruth war das Zeichen von der Nonnhorde, dieser Löwe. Das ist ja eigentlich die Nonnhorde. Hast du probiert? Okay, nice, nice. Dann kommst du dann zu uns, sagst du. Hast du Bock? Wir haben Plätze noch irgendwie. Irgendwo sind noch Plätze da. Achso. Ja, gut, ich assoziiere das halt alles mit dem MioWi deswegen. So, hab wieder Platz. Also, tick hier doch nicht rum. Ich höre das irgendwie jeden Tag so oft. Slayer macht Bock, Slayer macht Bock. Ich bin so schnell, ich mache so viel Schaden und alles. Dann gehe ich in die Arena, verpügelt mich einfach so. Ich habe null Chance und ich bin immer kurz davor umzuladen. Aber ich habe schon so viel Energie, Kraft und richtig Lust hier investiert in Schar für meine Verhältnisse, dass ich eigentlich keine Lust habe, nochmal anzufangen. Und diese ganzen Outfits und die ganzen Upgrades sind ja eh Schar gebunden. Aber für den Solo-Content würde es mehr Spaß machen, oder? So den Tank hier für das Teamplay aufheben und den anderen für den Solo-Content. Echt, ist der Mage mau. Gestern hatte ich eine Quest, da war ich kurzzeitig an Mages. War auch schon heftig. War auch schon witzig. Die Items aus dem Shop und Drops. Was ist denn hier los? The fuck? Was ist denn? Ist das hier ein Angeltreffer oder was? Ich muss das doch wieder. Da muss ich aber dringend los. Und wie ist das mit dem Assassine? Mit seinem Scheiß da? Mit seinem roten Kreisen? Könnte auch voll der korrekte König sein, meinst du? Trotzdem, weiß ich nicht. Denn Asa und Slayer sind die zwei, die mich am meisten töten in der Arena. Asa ist sogar noch schlimmer mit seinen Kreisen am Boden. Ja, wenn du Bock hast. Also ich werde auf jeden Fall auf einem Zweifel bleiben. Was habe ich da für Vorteile? Dass ich die Banken nutzen kann, oder? Und? Was habe ich noch für Vorteile? Ist gar nicht. Ja, ich kann mir schon so irgendwas vorstellen, Pancakes. Jetzt muss ich erstmal das alles sich so ein bisschen einkriegen. Der Hype ist dann ein paar Wochen weg. Viele Spieler gehen dann bestimmt und was bleibt. Dann sind das halt die wichtigen und richtigen Spieler. Die Core-Gamer. Schauen, wie wir das dann machen eigentlich alles. Genau, genau so wie das auch schon. Natürlich. Die brauchen jetzt auch nicht mehr viel mehr Server machen. Ist schon gut, dass sie es so gemacht haben. Ich finde das okay, muss ich sagen. Ach so, Sammelquests sammle 10 Objekte. Ah, Onkel, danke dir. Es gibt einen kleinen Teamfischer. Ah, besser als... Ich meine, es macht Spaß, das Angeln. Also Autoangel, okay, das ist jetzt... Das macht ja keinen Spaß. Ich finde das normale Angeln, macht halt Fun. Das ist aber Stufe 1. Brauchst du für 2. Ich bin jetzt so ein Mensch. So ein bisschen Gewohnheitstier. Ich habe jetzt mich getraut, nach sieben Jahren ein MMO anzufassen. Und habe mich für einen Char entschieden. Habe auch den Charakter zweieinhalb Stunden erstellt. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine Scheiße gemacht. Also, das ist halt nicht mein Stil. Aber ich habe es gemacht, weil ich Bock habe und wirklich Lust habe. Und dann soll ich jetzt einen anderen Char spielen. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt habe ich so ein bisschen Komfortzone. Ich weiß schon, was ich mache. Ich fühle mich ein bisschen wohl. Ich kenne die Spells einigermaßen. Und dann soll ich ihn rein erstellen. Was nervt, den Gravelgrinden muss ich so weitergehen. Aktuell 38 bei mir. Was nervt bis... Was nervt ist, dass man ein Levelgrinden muss, bis ich so... Ach so. Ja, das ist ja immer so. Ich muss jetzt bis 45 spielen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das Grinden... Grinden natürlich. Aber man macht hier so eine Dailies. Man macht so eine Dungeons. Man macht welche bis zum BVP. Man macht halt seine Portale. Man macht halt... Gar nicht, ob du kommst, wie vor dir alles zu machen. Weil er... Eher langweilig ist. Okay. Ja, natürlich ist es langweilig. Ich fand es halt spaßig, so 10 Minuten oder so. Und dann passt. Ich überlege halt, das mit dem Luminus auch laufen zu lassen bei mir. Weil ich habe jetzt diesen 7 Tage gemacht. Ich kriege 7 Tage, 8 Stunden kann ich machen. Und vielleicht sind es ja ein paar XP. Ich habe da auch so Boosts. Kann man diese Luminus Boosts... Ah, ich guess, wie ist das mal kurz drücken. Kann man diese Luminus Boosts leisterlich nutzen? Problem ist halt, ich... Wie gesagt, das ist halt beschissen wegen Strom. Ich habe eh schon so viel Verbrauch. Und ich... Ne? Ich hänge ja... Ihr wisst ja, ich mache... Eine Menge Mieser in einem Monat. Noch mehr Strom. Schwierig. Und ich kann es auch nicht an dem Rechte machen, weil ich zocke an dem Rechte auf dem Rechte. W.O.W. Also ich dachte mir, ich mache so von 18 Uhr bis 2 Uhr. Das sind genau 8 Stunden. Und dann ist eh wieder das Set. Oder soll ich es von... Wie ist denn das, wenn es über den Daily Reset hinausgeht? Wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt pennen. Keine Ahnung. Mach um 1 Uhr das an. Und was passiert dann um 2 Uhr? Gehe da raus oder was passiert dann? Okay, dann würde ich alle drei nutzen können, ist ja super. Bin ich später bei den Teichflöschen hier. Das ist aber echt eine Menge. Erz. Oh, oh, oh. Ja, weiß der. Und jetzt, als ich diese Fähigkeit noch dazu bekommen habe, ist ja auch geil, dass auf dem Boden diese Explosion da ist. Ist ja auch nice. Deswegen überlegte ich halt entweder nicht pennen geht es laufen lassen. Aber was... Ich weiß doch nicht genau, wie sich das aussieht. Was passiert dann um 2 Uhr, wenn das Set ist da? Und den einzelnen Gebieten, siehst du das? Ja, es sind eh sehr, sehr viele genaue Infos. Total toll. Sogar welche Gegenden im Gebiet sind, was für Fähigkeiten sie haben. Ach so, ich kann nichts sammeln, wegen AP. Oh, ist erst mal, dass man die AP ausgeht. Ich habe heute ganz viel AP ausgegeben, indem ich in einem fremden Haus einfach, ja, dem geholfen habe, die Saat, die Samen, das Wachstum zu fördern oder wie auch immer. Ich dachte mir, scheißegal, ich brauche die eh nicht. Jetzt habe ich eine Quest, wo ich das brauche. Wie viel brauche ich denn? Wie viel AP für das? Ich meine, ich kann ja später kommen. Ist nicht so schlimm. So, herstellen wir. 10. Okay. Also AP ist alle 10 Minuten drei Stück. Das ist ja okay. Kommen wir eine Stunde wieder oder so. 15 steht dabei. Ach, ach, stand es gerade da. Ich habe das nicht gelesen, die rote Fehlermeldung. Am Anfang schimpfte mich manche im Chat, dass ich meine AP nie suche. Äh, suche. Wieso suche? Ähm, verwende. Das erste Mal bin ich heute ans Limit gestoßen. Aber halb so wild. Was kostet das überhaupt? So, ich habe eigentlich eine Brust gefarmt, die gelben Sockel hat. Aber es sind nicht so viele Items gedroppt. Letztens sind mehr Items gedroppt. Ist sogar im Xbox Game Pass drin. Voll geil. Noch nie AOE gezockt. Dann. Aber komisch, dass du nicht reinkommst. Das verstehe ich echt nicht. Das ist echt komisch. Ach, NNA ist doch easy. Kein Problem, oder? Sollte NNA-Guy. Beste. Was heißt denn das hier? Ja, das ist Kacke. Level 40er. Nur ein Scherz. Wohnmarke 2 Gold 20.000. Was bekomme ich dann hier? Liste ändern. Liste ändern. Liefern. 2 Dinge für 20.000? Investiere ich 2 Wohnmarken? Ich verstehe manchmal diese ganzen Menüs hier nicht. Das ist bestimmt ganz, ganz logisch bei den asiatischen Dingen. Aber ich habe hier noch nie so viele verschiedene Währungen, Menüs gesehen. Also ich habe 7 Wohnmarken. Liste ändern. Wenn ich das jetzt liefere, kriege ich 2 Wohnmarken und 20.000 Gold oder eine Chance. Ich kriege das Kraut für die beiden oder? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also das ist das, was ich bekomme. Was gebe ich her? Wohnmarken und Geld oder was? Gold. Ist dies richtig? Nein, das hast du. Das, was oben angezeigt wird, gibst du ab. Oben gibst du, unten Gold und Wohnmark bekommst du. Dann gebe ich den Scheiß ab und fertig. Und das bekommst du. Das ist ja geil. Ich glaube, das hast du Gipsbechlanzen und Marken. Okay. Das ist doch lukrativ. Das ist doch geil. Ich habe doch eh genug von denen. Ich farme doch immer die. Ja, deswegen. Und Markenbash, der brauchst du ja eh. Auf meinem PC lasst du das Spiel aus. Ja, die immer noch sehr, sehr komisch verlaufen. Viele neue Spiele heutzutage auch nur noch über CPU. Das ist ein älteres Spiel. Das liefert dann, glaube ich, noch mehr über CPU. Wenn du Material überhast, außer du brauchst die zum Craft. Ich weiß momentan gar nicht, was ich irgendwann craften möchte. Deswegen spare ich eigentlich alles auf und schaue dann irgendwann, was ich mache. Ich bin noch zu sehr im Grind hier. Ein bisschen Dailies, Portale und so weiter, dass ich mich mit dem beschäftigen muss. Deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, preis oder preis nicht. Aber ich glaube, das ist nicht so tragisch. Zwei abgeben, zwei Wohnwagen, 20k bekommen. Kann man ja mal machen. Denke ich mir jetzt mal so. Ganz doof. Gold habe ich eh zu viel ausgegeben vorher. Genau, hast du fünf Stück. Mach mal einfach. Okay. Nice. Dankeschön für die Erklärungen. So, welche öffene Fragen gab es? Ich war gerade mit Scroll und Palm. Achso, nur hier mit diesem Ding der Handwerkslieferung. Was ich noch nicht genau herausgefunden habe, was ich gesehen habe in einem Guide, aber nicht genau gemerkt, ist das hier. Ich kann hier Sachen geben und irgendwo hinliefern und handeln und je weiter weg ist, desto mehr Gold kriege ich. Aber es gibt auch Risiko, dass das Ding kaputt geht oder so. Das ist auch alles eine Wissenschaft für sich hier. Zito für den Handel. Es gibt dann irgendwelche Plätze, die haben verschiedene Preise für das Ganze. Halbes Anno hier. Also wähle aus, um zu überprüfen, wo du mit ihnen handeln kannst. An Standorten, an denen Lieferungen zusammenlaufen, verzögert sich die Abreise handelnder Händlergilden und es werden geringe Parkpreise geboten. Handtunen sind gefährlich. Keine Ahnung, klick mal was drauf. Jetzt kann ich den Kurs hier sehen. Yes, es ist na. Um Gottes Willen. Die Entfernung ist nicht so groß, du kannst einen durchschnittlichen Gewinn erzielen. Was ist denn, wenn ich hier drauf klick? Es wird lange dauern, diesen Ort zu erreichen, aber du kannst einen Spitzengewinn erzielen. Kann alles verloren gehen. Handelswaren verkaufen. Handelsversicherung. Versicherung, abdrehen. Vorteil, bewahre und erhalte 50% der Handelswaren, wenn du sie verlierst. Mitgliedsbeitrag 10.000 Gold pro Tag. Ja, kann ich... Achso, ich habe jetzt 11 von den Metallplatten. Okay. Jetzt kriege ich hier am meisten 256 Gold. Entscheidend. 220, Marktplatz 192, 90. Also hier gibt es 200 und dann kann ich hier Händlergilde wählen. Die Kosten sind zu hoch, das heißt, ich mache nicht Gewinn oder wie. Der Versand, wo stehen denn die Kosten? 39% Entfernung ist etwas größer. Mal kurz schauen, wo das alles steht. Es betrifft mich ja hier. Durchschnittlicher Preis 300, Höchstpreis 450, was für 150. Gehen wir auf Händler. Ja. Achso, okay, gibt es noch ein Options. Ist da ein fixer Versandkostenbeitrag? Versandgebühr 9.500, Lagergebühr 650. Risikostufe 10% verringert. Wow, ich kann verschiedene Sachen wählen hier. Händlergilde, Standhafte Zitadelle, Händlergilde, Sater, Sonnenstrahl. Die Risikostufen sind krass. 3 Stunden, 2 Stunden, 1 Stunde. Risiko 75. Versandgebühr 1912, Lagergebühr 160. Und wo sehe ich, wie viel ich rausbekomme? Muss ich das selber rechnen? Bei 10 sind es 10.000. Außer wenn ich das hier mache. Danke dir, Ninja. Hier sind 10.000. Achso, Abreisevorbereitung auch noch. Das sind so viele Menüs. Ja, ja, das ist ein neues Beispiel gedacht. Alles klar. Bin ich jetzt auf Max, ist ja schon Max. Abfahrt in 1260 Sekunden. Versandgebühren hängt nicht von der Menge. Versandgebühren 1912. Handelsverkaufpreis 2816. Und die Gebühren sind 1.900. Also mag ich 900 Gewinn oder was? Und Lagergebühren? Schreibe ich halt an. Ich weiß, okay. Habe ich diese Metallplatten schwer erwirtschaftet? Hast du trotzdem bezahlt? Klar, sicher, sicher. Und hier ist es halt noch schlimmer. Schau mal da an. 9,5, 2,8. Also enorm Minus. Ich kann nur hier Plus erwirtschaften, wenn ich das höchste Risiko eingehe. Und hier kriege ich ja auch nichts. Schauen wir mal auf, was weiß ich. Hier habe ich 20. Das sind bestimmt krass, die Dinge. Ultra-Wahnsinn-Dinge. So schwer bekommen hier. 503. Nee, 847. Hier ist das noch. Hatte ich eigentlich nur die Kapazität? Wir schauen noch mal über den. Versandgebühr 42.000. Hier 35%. Habe ich gar nicht voll gemacht hier. Ich habe immer auf Max geklickt. 59.000 Versandgebühr. Verkaufspreis 12.000. 42.000, 12.000. Okay, das ist einfach alles zu wenig. Das ist einfach alles zu wenig, wa? Also ich hatte, es ist immer, es ist halt von Anfang an schon voll hier schon. Okay, das, das lohnt sich nicht. Wenn der PC die ganze Zeit oder Windows für ganze Zeit versucht, auf die Fastpeter zuzugreifen, immer wieder, dann geht es auch auf die CPU, klar. Wenn er auf den Datei oder auf den Sektor zugreift, der nicht funktioniert und jedes Mal neu probiert, ist es halt so, die ganze Zeit so, probiert es halt dann. Ist jedes Mal Auslastung, ja. So wieder drauf zugreifen, probieren, drauf zugreifen, probieren, drauf zugreifen, probieren, drauf zugreifen, probieren und so weiter. Ah, das ist ein super Rechner, hatte ich auch. Oder habe ich halt auch noch, so. Aber nutzen halt nicht mehr so. Deswegen hatte ich überlegt, vielleicht auf so einem alten Rechner das Spiel laufen lassen. So 35,70 mit 10,50 Ti oder sowas. Und da Luminus Farm. Und den hier kann ich ja, hier mache ich ja sowieso meistens das meiste aus. Nur YouTube schauen, monitoren, mache ich alles aus. Stelle eine Metallstange zur Übung in deinem Haus hier. Das Metallstange eine Waffe. Stimmt, oder? Ja. Max und let's go. Ja, ich habe den Stuff noch von ARC. Ich habe damals ARC gezockt mit mehreren Kameras. Ich hatte ARC einmal selbst das Gameplay, da hatte ich ARC so eine Community Viewer Cam. Wenn jemand auf den Server gejoint ist, habe ich da immer den abgefilmt. Wir haben auch geschaut und sowas, der gemacht hat auch ein bisschen kommentiert, hin und her geswitcht, größer, kleiner. War ganz witzig. So eine Art 1-PC Spectator Mode und der andere, so ein ganz alter Rechner und der, den ich zock halt normal gezockt. War cool. Achso, beim Stützpunkt Rotfracht, okay. Das ist die Einschränkung. Fischen. Sammel wiederholt, okay. Fisch muss ich machen. Ja, mach das, mach das. Ich mache nochmal kurz aufwägen, lüften. Ich mache jetzt auch mal da auf, hier drüben. Ein bisschen Luft hier. Alexa, wie viel Grad hat es in München? Im Augenblick liegt die Temperatur in München, Bayern bei 10 Grad Celsius. Heute Abend wird eine Tiefstemperatur von 0 Grad erwartet. Das war aber jetzt super schnell. Ich hatte vorhin, wieso stärkt das AP so schnell? Okay, krass. Ja, Norden ist natürlich bekannt, dass es immer wärmer ist als im Süden. Eh klar. Wie da tue ich... Äh, Brennstoff, wo muss ich fischen? Du bist Profi. Fang einen Barsch beim Angeln. Der Fang... Das ist zu mehr so Barsch, muss ich schauen. Wo ist der? Wo ist denn Barsch Main hier? Was ist denn das? Fischfang. Verdammt. Kann ich dir gleich zeigen, Fruchtflash? Musst du kurz irgendwie irgendwo hinkommen. Ist bei dir Barsch? Ich gehe mal kurz zum Angeln und dann habe ich ja entspannt Zeit, dir das zu zeigen. Neben dir im Wasser kriegst du Barsch. Neben mir? Hier? Ne, das ist doch... Ach, das ist Barsch. Aber Fischfang Grad 3 habe ich nicht. Ich muss erst mal skillen auf Rang 3. Hey, das ist doch geil. Ich wollte jetzt eh kurz was essen, dann kann ich angeln und werden skillen. Währenddessen skillen. Was meint ihr? Ich habe Rang 2 irgendwas. Das können wir doch dann machen, entspannt. Dann angle ich. Es reicht ja Leertaste. Das kann ich ja machen. Erstmal nochmal. Ich habe noch von heute früh was übrig. Hier im Spinatspiegelei. Dann kann ich angeln. Ich muss nur mal hier weg. Irgendwo hin. Help! Das wird doch mal kurz auf der Map schon hier. Irgendwas mit Rang 2 zum skillen. Wo komme ich da hin? Was ist denn Rang 2 hier? Verdammt. Rang 2. Was ist hier? Hier, fange ich das hier. Willkommen bei der Fisherman's Red. Keck wie. Ah ja. So. Ich bin kurz Schiff. Und dann können wir kurz schauen, wenn du meinst hier. Wie baust du den Warlord? Kommt darauf an. PvP. AOE PvE. Oder Single Target PvE. Gibt drei verschiedene Sachen. Ich habe schon Rang 2. Habe ich schon. Ich kann dir mein Bild schicken. Kannst du schon mal reinschauen? Das ich hier habe. Hier. Das müsste mein Bild sein. Ist das mein Bild überhaupt? Denkst du nicht? Mal gucken. Selber gucken. Das ist mein Bild für so beides. Mischung aus Single Target Multitag. Gehen auch sehr gut. Ich habe heute mal den Blade Store mit reingenommen. So ein bisschen mehr AOE Farm. Bei mir ist es so doofer mit dem Hammer. Hammer kannst du dich halt nicht bewegen. Und die Attribute. Hier. Ich habe halt versucht auf 33 zu kommen. Damit ich überall 9 bekomme. Aber was ich dann weiter ausbaue. Habe ich erstmal von der Rüstung abhängig gemacht. Denn ich kann es mir noch nicht so aussuchen. Dann drehen wir nochmal. Ich könnte schon mal die Angel auswerfen. Oder wenn ich schon da bin. Einfach so YOLO hier. Geht schon los oder was? Jawohl. Erfolg beim Angeln. 3,2 Kilo. Beste. Das Tolle ist hier. Man hat ein bisschen Zeit. Bis er anbeißt. Also ich habe halt hier. Ich pulle halt meistens mit der rechten Maustaste hier. Tew, 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 tew. Schießen. Dann baue ich halt mit dem hier. Mit dem Drehsprung-Heap. Baue ich halt 7 Stacks auf. Dann drücke ich hohen. Damit ich nochmal 25% mehr Schaden mache. Also Angrüßtempo mehr habe. Und mich heile, wenn einer stirbt. Und dann kannst du halt den Hammer hier machen. Am besten hier. Den Hammer für Single-Target. Geht auch Multi-Target super. Aber du kannst dich halt währenddessen nicht bewegen. Oder ich habe heute jetzt zum Test. Habe ich jetzt einen Bladestorm wieder reingenommen. Ein epischen. Hätte am liebsten ein anderes Bild noch. mit dem epischen hier, mit dem springen episch, aber kann ich mir nicht leisten wegen den Punkten. Ich brauche noch mehr Punkte. Also immer, das Wichtigste ist einfach mit dem scheiß hier pullen, immer schön Mana aufbauen, auf 7 Stacks bringen, dann zusammenziehen, 100 Mana, Geschenk kriegen, von der ist Fähigkeit, Hohn drücken und dann ins Bell, was die tötet, nach dem Hohn. Das ist halt Spott. Und wenn du noch mehr Mana danach brauchst, um weiterzumachen, charge schon nochmal hin, weil das gibt ja auch nochmal 100 Mana. Also die beiden, Erdrausch, Durchbruch für Instant Mana benutzen und das jetzt ist zum pullen und kriegst dann auch Mana. Oder wenn es überhaupt Mana unten ist. Total geil, weil wenn du jemanden anbessst, hast du Stress. Hier tust du einfach so angeln. Du kannst irgendwann drücken die Taste. Hey, die Ding ist wieder voll. Die Uhr. Wir können den Puls. Der Puls. Die Pulser geht wieder. Der Schildschieber. Achso, ich finde die Fähigkeit fand ich so weird. Du meinst, du meinst, das habe ich ja auch so wie noch episch geskillt hier. Oder? Ne, Schildspurt. Oder ne, doch, warte mal. Moment. Ist es das hier? Schildspurt oder was? Stell 10 Energie her. Wo bekomme ich den Atem von, in seiner Umgebung einfach, einfach Mops killen. Da wo er ist, in seiner Umgebung, in dem Bereich Mops killen, dann kriegst du den Atem. Ist nicht geil, die Dropschau und ich sage es dir. Aber vielleicht hast du Glück und das kommt, droppt. Ja, die macht bestimmt gut Damage, aber ich weiß nicht, ob das so geil ist für Aoe Farming. Kein Problem. Ich sage dir nur, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich scale aber jeden Tag so ein bisschen um. Ich habe den Heap halt wieder drin. Ich habe das, ich habe den Heap hier drin jetzt wieder. Das Erfassen habe ich drin und den Zyklon jetzt heute verändert. Einfach, wisst du was anderes, weil dieser Hammer ist geil. Super, super geil. Power Target. Du kannst nicht mehr Damage machen, was Single oder Multi-Target so angeht. Auf die Schnelle machst du Instant Single Damage mit schönem Aoe, aber du kannst dich halt null bewegen. Wenn du dann farmst, dann kannst du eh nicht entspannt fahren. Du musst ja alles ausweichen. Das sind ja aktive Kämpfe hier. Das ist ja nicht passiv. Dann kannst du halt den Fähigkeiten besser ausweichen. Bei einem Wirbel kannst du bewegen, während er sich dreht und dem Hammer musst du fix stehen bleiben. Und du brauchst den finalen Hammer, der dann am meisten Damage macht und der sofort das Max-Tempo hat. Also finalen Hammer meine ich den vierten Burger oder T4, keine Ahnung, wie man das nennt hier. Es ist einfach krass, wie schwer du so Spinat warm kriegst. Also wir angeln da jetzt bestimmt nicht die ganze Fähigkeit. Wir machen es nur, wenn ich esse. Hätte ich heute auch schon machen können heute früh. Mal vergessen. Braucht das Angeln keiner, Peter, oder was? So, mein ganz gefährlich Traum hier. Ganz langsam, dass ich nicht umfalle. Moment, einmal, zweimal. So, Wasser habe ich daneben. Okay, passt. Hauptsache ich kann noch irgendwie Leertaste drücken. So, Spinat mit Eier und Baguette oder sowas. In der Art. Wie langsam das gerade ging. Warum ist denn manchmal diese Fläche so dick und manchmal so dünn? So, das war das Frühstück, Pupsi. Einfach weiter essen. Moin. Habe ich den am Früh um 6 Uhr. Genau, Beste. Rot, Spiegelei und Spinat. Ich war von 2 bis 6 Uhr im Bett. Diese Zeit habe ich nicht ganz gepennt, aber ich war zumindest die Zeit im Bett. Dankeschön. Ich habe eine Beschäftigung beim Essen hier. Angeln, Beste. Habe wir hier. Wow, fünf Seiten hier. 72.000 und jetzt? Also jede Seite 1 ist ja gar nicht all der Polen. 155.000. Ja, okay, passt. Verdoppelt. Spinat. Ich kann ja mal Größe machen, aber... So, die Kamera komisch hier. Spiegelei. Spinat und so ein Baguette oder... Ja, Baguette. Was macht das für Unterschiede, wenn ich hier einen kleinen oder größeren Bereich habe beim Angeln? Hey, Weedman. Na? Echt? Also bei schwerer Stufe mehr Dinge, okay? Ja, nice. Ja, ja, das schon. Aber ich meine diese Unterschiede beim Minigame. Weil gibt es einen kleinen Bereich, weil gibt es einen großen Bereich. Doch, na klar. Da esse ich Fleisch. Auch eigentlich eine ganze Menge. Fast schon so viel, aber... Das ist jetzt mal ohne Fleisch. Gestern erst wieder Hähnchen gemacht. Ich weiß eigentlich immer Hähnchen hauptsächlich. Hähnchen oder letztens Hackbällchen. Hackbällchen, Hähnchen, alles Mögliche. Aber stimmt, das ist ein komplettes Non-Fleisch-Essen. Imagine. Schmeckt sogar. Berechtigte Fragen wird das dieses Jahr. Da dürfte ich ja aber keine Eier essen, oder? Oder nicht. Nicht lösen doch die Regeln da. Das klären wir ja nicht so aus. Okay. Also, ich esse viel Nudel-Stuff. Auch oft einfach nur mit so Tomaten-Soße. Nudeln mit verschiedenen Arten von Soße. Arabiata-Soße. Napoli-Soße. Wisst ihr Napoli? Dann normale Tomaten-Soße. Dann mit passierten Tomaten noch gemischt. Und... Alles dann noch rein tu. Sehr, sehr gerne. Geht super schnell. Kann man machen so nebenbei. Mach das Marcel. Gönn dir. Ui, die Kürbis super lecker. Das ist der Vollkommen echt mit der Übersäulung. Das ist immer Kacke. Das wirkt sich auch negativ auf meine Entzündung aus. Ich esse jeden Tag ein Stück was mittler, wenn du verföhnt bist. Ja, man fühlt sich fast schlecht. Aber, weiß ich nicht. Ich bin auch andere Generation. Ich bin aber mit der Zeit gegangen. Ich esse halt alles Mögliche. Spinat, Eier, Nudeln. Sehr viele Nudeln. Und du kriegst eine Menge. Trotzdem immer mal wieder Wurst. Hähnchen, Hähnchenfilet. Brust, Wurst. Ja. Milch ist doch Gift. Witzart. Als ich letztes Mal erkältet war. Oder als ich mal erkältet war vor vielen Jahren. Hatte ich dann mal Milch mit Honig gegessen. So was ich früher mal als Kind auch bekommen habe. Und dann ging es mir so scheiße irgendwie. Ich musste richtig husten und mir ging es noch dreckiger. Kerzeschmarrn, Käsespätzle. Zum Beispiel. Käsespätzle. Doch letztes Jahr ist es gegessen. Schinkennudeln. Schinkenkeisenudeln. Spätzle eh geil. Ich weiß nicht, woran es dann lag hier. Also ich trinke auch laktosefreie Milch. Ich bin jetzt nicht laktoseintolerant. Aber ich vertrage das nicht immer so gut. Ich habe auch Milch saufen und gar kein Problem. Und dann 9 von 10 Mal Milch saufen und kein Problem. Und beim 10. Mal irgendwie geht es mir schlecht. 30 Tage. Okay krass. Und einfach nur Wasser trinken. Eine Woche. Sonst nichts. Um zu entgiften den Körper. Du fischt jetzt. Warte bis etwas anmeißt. Das ist ja schon Sündersache hier. Ist das egal, in welchem Bereich das Minigame sich loslässt. Also schon in dieser Extra. In der Extraleiste. Aber in der Leiste noch mal eingeteilt. Oder aufgeteilt irgendwie. Ich meine nur mit Kurkuma, Honig, Milch kommt man schnell auf ein Warteslevel. Ich meine das ganze ist da. Von Essen, Kochen und alles kostet so viel Zeit eigentlich im Leben. Hat jemand von euch mal dieses Wildfood probiert. Was jetzt auch überall auf Twitch gezeigt wird. Ist sowas gut. Kann man damit über den Tag kommen. Ein Wildfood am Tag. Und dann der Rest vielleicht ein bisschen nur Wasser. Dass man da Zeit spart. Und vielleicht ein bisschen abnimmt. Weil es da nicht die... Ja, so ein Trinken. Es ist ja nicht die Menge, die ich jetzt dann zu mir nehme dann. Welchen Geschmack hast du denn da, Wischmopp? Achso, ich denke dann die Flaschen. Nicht an das Pulver. Für zwischendurch. Aber mal so. Mal halt durchziehen. Ein, zwei Wochen. Nur das. Wasser und ein Wildfood am Tag. Fertig. Um ein bisschen runter zu kommen. Von dem Ganzen. Kauen macht eine Menge aus. Deswegen kann man so ein bisschen cheat mit Kaugummi. Weil das Speichelwürste angeregt wird. Unterschied. Unterschied zu Pulver und fertige Flasche. Ist ja auch nur, dass ich selber halt das Pulver einfüllen, oder? In der Flasche. Ist genau gleich. 73 Stück. Oh. Flasche ist mit Milch und fertig. Pulver kannst mit Wasser oder Milch. Also mit Milch wird safe besser schmecken. Mit Wasser vielleicht gesünder. Fragezeichen. Ich mache immer alles auf den Markspreis, wenn ich das verkaufe. Also habe ich es immer noch verkauft bis jetzt. Keine Ahnung. Habe ich das schon verkauft und scheiß auch behalten, gell? Auf jeden Fall mehr mir weniger Süßzeug. Mehr Wasser. Wäre es halt für mich ist. Das heißt für jeden halt gesund. Keine Ahnung. Wasser halt. Aber der Geschmack zwischen Wasser und Milch muss enorm sein. Wie ist das mit dem veganen Stuff? Gibt es da auch bei Wildfood? Was ist das? War es schon Wasser, oder? Oder Sodamilch, oder wie ist das? Sodamilch geht ja auch. Ja, da kann man ja noch mixen, was man möchte. Geht immer schneller, dieses Ding hier. Keine Kohlenmüller, da kann sie liegen. Kein Fett. Ja, das ist heftig. Morgen, wie einfach das eigentlich ist. Was ich meistens brauche zum Essen, ist Brot. Bin so ein typischer Brotesser. Und ein Brot keine Sättigung, oder kaum. Nudelmacher teilweise auch saht, aber nie so gut wie Brot. Ein Stück Brotessen bin ich viel satt, als wenn ich irgendwas ohne Brot esse. Warum kriege ich manchmal, kriege ich nicht manchmal noch zwei Punkte? So war es zumindest bei Fischen eins auf zwei, also mal zwei, mal drei, mal ein. Ist das random, oder? Liegt das, ich glaube, es ist sogar daran, was ich fange. Manchmal fange ich auch nur Münzen, oder nicht? Naja, Dinkel nur. Vorken, du musst dich nicht dran gewöhnen. Müssen wir mal probieren. Mmh, Diabetes, Dinkel wird sich klappt gut. Also die haut natürlich länger satt. Denk ich mir. Ist auch generell gut, das Dinkel bloß so zu essen. Das ist ja auch gesund für den Schiss, oder? Was will verdauen? Aber ich wollte gar nicht wissen, was für Schweine Reine ich schon gemacht habe hier mit dem, wenn ich abnehmen wollte. Aber hat geklappt meistens. Nur ich bin dann nicht mehr so gesund und so jung, das alles zu machen. Mit nur Wasser trinken, viele Tage, bis zu Wochen nur Wasser. Das Schlimmste daran, finde ich, ist nicht das Hungergefühl, wenn man weniger isst oder so. Und nur Wasser trinkt und dann so eine Kleinigkeit sich zunächst zu sich nimmt. Das Schlimmste, was bei mir der Fall war, waren einfach die verfickten Kopfschmerzen. Irgendwann gewöhnt man sich daran, weniger zu essen. Man kann auch nicht so viel mehr essen. Bei mir waren es einfach die fette, augenstechende Migräne, einem ganzen Monat fast. Wegen, ich glaube, Unterzuckerung oder sowas, oder? Oder weil der Körper es gewohnt ist. Einfach nur, einfach nur Kopfschmerzen. Kopfstechen, ziehen, beim Augen, beim Blinzeln, tut es weh. Permanente Kopfschmerzen, Schwindel, alles. Das ist gut hier, Maggi. Zum Glück ist das losgeworden. LOL, kaputt meine Angel. Kek weh. Ich habe noch eine in der Ding, in der Bank. Das ist nie schlecht, ein so ein Low-Cup-Tag. Bestimmt. Max. Achso, nee, hier. Aber nur 19.000, 100 Stück? Ist jetzt nicht so viel, aber ich werde es mal verkaufen hier. Was kostet das? Das ist teuer. So, wir gehen das mal weg. Boah, ich hoffe, ich schaffe das so. Ich muss mich ja irgendwie festhalten. Moment, mit einer Hand. Oh Gott, mit einer Hand. Okay, warte, ich muss mich ja hier festhalten. Das machen wir jetzt immer so. Das machen wir jetzt immer so. Wenn ich esse oder irgendwas so mache, kann ich halt einfach angeln. Dembei ist doch entspannt. Ist doch geil. Ist doch geil, wenn man in der Zeit... Das ist doch nicht meine Hände, oder hier ist doch... Schon coole Essen.